Hallo und willkommen in Frankfurt am Main. Ich bin Julia Fleißig vom Lukas Film Festival, das hier jedes Jahr im Herbst stattfindet. Hinter mir seht ihr das DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum. Hier ist Lukas zu Hause. Kommt mit! Bei Lukas können junge Filmfans vom 24. September bis zum 1. Oktober schon zum 43. Mal einige der spannendsten aktuellen Filme aus aller Welt sehen. Im Kino und dieses Jahr auch online. Es gibt drei Wettbewerbe in den Alterskategorien 8+, 13+, und 16+, Youngsters, in denen mehr als 40 Lang- und Kurzfirme laufen. Daneben hat Lukas weitere Filmreihen im Gepäck. Regelmäßig werden diese Reihen von Kindern und Jugendlichen zusammengestellt. Wir nennen das Mitmischen. Ob als Filmkritikerin oder Moderator, als Festivalreporterin, Filmpate oder Programmgestalterin. Die intensive Auseinandersetzung mit Filmkultur ist Lukas super wichtig. Hier im DFF dreht sich alles um Film. Es gibt Archive und tolle Ausstellungen. Ab August zum Beispiel die Ausstellung The Sound of Disney. Natürlich gibt es auch einen Ort, an dem die Filme so richtig zum Leben erwachen. Das Kino. Das zeige ich euch gleich. Gutes Kino kann ordentlich mitreißen. Doch damit fängt es erst an. Nach den Filmen stehen bei Lukas die Filmemacherinnen unserem Publikum Rede und Antwort. Dann kann man all die Eindrücke und Gedanken loswerden und erfahren, wie der Film entstanden ist und hinter die Kulissen der Filmproduktion blicken. Wenn es am 24. September bei Lukas losgeht, seid auch ihr hoffentlich dabei und entdeckt, was internationales Filmschaffen für junges Publikum alles zu bieten hat. Wer nicht in Frankfurt wohnt, klickt von überall in Deutschland einfach rein. Denn die 43. Festivalausgabe bietet neben den klassischen Kinovorführungen erstmals auch ein bundesweites On-Demand-Programm. Schulen unterstützen wir dabei, tolle Filme in den Unterricht einzubringen. Und Eltern, Geschwister, Freundinnen und Freunde bringt ihr einfach mit ins Kino. Wer mehr erfahren will, besucht unsere Website oder folgt uns auf Facebook oder Instagram. Wir von Lukas freuen uns auf euch.